Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim TCG Card Shop Simulator. So, ich habe jetzt nicht einmal so viel mehr gespielt, also auf jeden Fall kommt gut Umsatz rein. Jetzt würde ich sagen, arbeiten wir erstmal die, die da kommen, ab. Und schauen wir, was wir dann heute noch freischalten, aber auf jeden Fall werde ich um einiges mehr heute Karten öffnen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich nehme jetzt wieder am Stück einige Folgen auf. Also die letzten zwei und diese hier habe ich jetzt quasi in Reihe aufgenommen. Also sollte irgendwie jetzt ein Update gekommen sein in den letzten zwei Tagen, dann ist es natürlich an mir vorbeigegangen jetzt, aber stört ja nicht. Also am Mittwoch habe ich ja schon angekündigt, werde ich einen Livestream machen, hier mit dem Spiel. Und da kann ich dann immer noch auf das Update eingehen, sollte es eins gegeben haben. Also weiß ich ja nicht. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir hier weiter. Vielleicht baue ich den Laden heute sogar noch aus, weil so ein bisschen triggert es natürlich schon mit diesen zwei Wänden. Die würde ich gerne noch weg haben wollen. Vor allem hätten wir dann die Möglichkeit nochmal zusätzliche Regale vielleicht aufzubauen. und je nachdem wie schnell das Geld fließt, und jetzt läuft es gerade gut, ne. Wenn wir vielleicht dann die nächsten Upgrades machen hier, die nächsten Freischaltungen machen. So, einmal die, 440. So, erst einmal meine Rechnungen zahlen. Das ist eigentlich immer am wichtigsten, ne. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt halt einfach mal die Renovierung. Und zwar einmal die hier und einmal die hier. So. Damit haben wir nämlich den Laden dann um einiges größer. Was natürlich dann auch wieder heißt, mehr Miete zu zahlen. Aber wir haben einfach wesentlich mehr Platz. So. 80 Cent for you. Kauft, Leute, kauft! So. Oh, passend gezahlt, das ist schön. So. Vielleicht können wir den Tisch hier mal eher nach hinten schieben. Genau. Schau dich um. Schau dir an, was es da so gibt. Willst du dich da hinsetzen? Ansonsten nehme ich mir den Tisch jetzt mal weg. Ah, jetzt. Dann haben wir den Tisch da. Da sitzt jetzt einer. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Wollen wir sehen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erst einmal mehr Place. Obwohl, ich könnte das Ding nochmal wegschieben. Vielleicht hier einfach mal so mitten rein. Das muss nicht dran snappen. Was haben wir denn da? Vier. Einen zurück. Ich komme halt dann wieder durcheinander wahrscheinlich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich komme da wieder durcheinander. Aber gut. Man kann sich an alles gewöhnen. Und umräumen kann ich ja jederzeit. So. Servusle. Einmal mit Karte. Jawoll. 216. Was war denn das? Was ist mir jetzt da gekauft? Was ist denn da so teuer? Hier. 48,60. 45,40. Das sind die Dinger? Nee. Die sind nicht so teuer. Die sind nicht so teuer. Der hat irgendwie die blauen oder so gekauft. Ich weiß es jetzt nicht. 19,60. Waren das die hier? Die da waren das, ne? 35, okay. 1,70. Bitteschön. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Da passt alles. Hallöchen. Einmal Piggy. So. Das werde ich dann ein bisschen umschieben, würde ich sagen. Schön, schön. Immer her mit dem Geld. So. Hauptsache wir haben Sachen auf dem Lager, ne? Hier. Billig sind die Würfel. Ja. Stimmt. Ich bin auch wirklich nur ein bisschen was über Marktpreis. Aber es dauert noch eine ganze Zeit lang, bis wir dann endlich mal diese, den nächsten Wettkampf freischalten können. Nein. Hier. Da sind wir jetzt bei... Ja. 170 Spieler brauchen wir da noch. Eine Karte. Passend. Und... So. 1,20. Schnappen wir uns halt einmal so einen Karton. Wir stellen jetzt die Kartons einfach mal daher. Ne. Nicht die. Die da aufmachen. Nein. Das weiß ich jedes Mal, ne? So. Da sind bloß noch zwei Packer drin. Warte mal. Die können wir doch dann gleich rausnehmen, oder? Können wir gleich aufmachen. Okay. Da ist irgendeine gute Doppelte dabei. Wunderbar. Servusler. 11. So. Dann schnappen wir uns da mal eine Hand voll. Und dann machen wir mal auf hier. 20,59 für Anges und eine neue Karte auf jeden Fall. Wir werden heute schon noch ein paar Karten aufmachen. Wir möchten natürlich hauptsächlich den Laden jetzt erst einmal ein Stück weit führen. Hauptsache neu. Oh. Was war jetzt das für Ruckler? Oh. Sind wir schon wieder durch. So. 49. Also in diesem letzten kleinen Update vor drei, vier Tagen jetzt aus meiner Sicht. Da wurden jetzt die ganzen Preise wurden jetzt hier so umrandet. Von der Schrift her. Was auf jeden Fall viel ausmacht von der Optik. 50,70. So. Dann machen wir mal Licht. Da passt noch alles. Können eigentlich uns mal das Regal schnappen. Und das würde ich jetzt einfach mal da hinten an die Wand stellen. Ja. Ich muss mal gucken. weil das wird nämlich sonst zu eng. Aber so haben wir doch schon mal ein bisschen besseren Überblick. Ich muss mal gucken, ob ich die Regale eventuell rücken an rücken stellen kann. Wow. So günstig? Ja. So günstig bin ich. 60,50. 30,50 ... 30,50. wie es jetzt sind ich noch eine überlegung wie ich das mache ich weiß manche von euch haben die tische hier draußen stehen aber das will ich irgendwie nicht machen also noch nicht 5 passend gezahlt dann schnappen wir uns mal hier noch einen kartenstabel du musst jetzt warten kommt geister karte ne toll 1171 aber eine besondere auf jeden fall okay ne ich will irgendwie schon eine besondere karte haben hier 13 20 die stinkert die stinkert schnell ist das ding da vorne leer ok also das ich hoffe mal dass ihr das anpasst mit dem mit den sprühteilen da weil das ist ein das ist ein humbug 59 irgendwie gefällt mir das nicht muss ich wirklich zugeben das gefällt mir nicht vielleicht kann ich die wenn ich die dahinter schiebe jetzt mal im grunde in die ecke dann das ist halt schön mit dem snappen da bist du halt ruckzuck fertig mit umstellen da sind aber viele packs 80 80 euro wahnsinn ja dann snapper wäre schon nicht schlecht an der stelle ne da geht's doch das kann man schon so machen muss das bloß mit den tischen vielleicht mal ein bisschen anders machen mal schauen vielleicht dass ich die doch drehe das ist nur die frage ob das auch ja das geht aber ganz genau das geht aber wirklich ganz genau na jetzt kommt wieder nur klein bist oder wie 36 50 so bitteschön da könnte man dann natürlich den nächsten tisch noch ran stellen ich kann das ja mal probieren im grunde ist es ja nicht wirklich ein großer verlust ne sollte das jetzt nicht hinhauen aber ich habe jetzt mal gedacht stellen wir noch mal zwei tische dann damit her sehen wenn wir es erst am nächsten tag ob das was bringt ob sich mehr leute hinhauen ich meine wir haben jetzt immerhin den laden vergrößert ne da ist natürlich die frage ob es ja dann da mehr leute kommen so mäuschen dich muss ich leider rausschmeißen so willst du noch was kaufen das freut mich ähm 38 und 10 so es sind viele tische ne ich weiß schon aber ich hoffe einfach mal dass dann auch ein paar mehr leute kommen werden wir müssen jetzt natürlich auch erst einmal wieder räumen ich will die kasse nur nicht so weit vorne hinstellen weil ich habe nämlich gemerkt dass die dann auch hinter einem rumlaufen und das möchte ich ungern schauen wir mal ob das so hinhaut wir fangen wieder von vorne an die sind komplett leer das spiel hakelt manchmal ein bisserl okay schwarze doch auch okay einen karton mit roten würfeln rote würfel bitte einmal so das sind ja noch die packs die ich freischalten möchte ne da überlege ich natürlich schon ob man die vielleicht freischalten und dann gleich noch mit hier reinpacken halt zubehör aber es kommen noch mal zwei ne eine schwierige entscheidung die müsste ich dann alle quasi umräumen außer ich gehe ne weil hier passen ja im grunde noch zwei packs rein ich müsste die sprays halt raustun ich kann mich nicht entscheiden dann nehme ich noch die poster oder diese spielauflagen sind es genau so seid ihr eigentlich ja passt so next one so und alleine dafür überlege ich jetzt halt wirklich ob ich nicht jemanden einstellt der mir die regale immer vollräumt ich glaube das wäre zumindest jetzt eine sache wo ich sage das könnte ich mir vorstellen blau brauchen wir auch nicht mint brauchen wir vor allem es wird eng und kuschelig hier ne wenn ich das so hinstelle irgendwie gefällt mir das nicht so richtig also wind dann die boxen schnitt ist voll wir brauchen okay wir brauchen alle drei noch schauen wir mal ob davon irgendwas leer geht kann man die eigentlich aufmachen ne deck box entschuldigung deck box ist es aber aufmachen kann ich es nicht naja ist egal so hier auffüllen box ist leer wunderbar das heißt wir brauchen einmal so einen hintergrund dingsbums oder spieluntergrund heißt es ja so dann würde ich aber sagen nutzen wir jetzt die gelegenheit machen wir gleich noch mal dass die nächste spielmatte hier frei die würde ich gerne freischalten da kaufen wir dann gleich einmal mal drei würde ich sagen nee warte mal wir bräuchten vier weil 16 gehen wir da einmal rein ne genau 16 das heißt zwei packungen werden wir dann gleich reinräumen können insofern brauchen wir dann gleich noch die zwei für fürs regal fürs lager so das heißt also einmal den dann sterne machen wir erst einmal die die teile rein und dann mache ich das auf einen schlag halt raus so dann die fledermäuschen regalabschnitt ist voll so da sind diesmal gar keine weg habe jetzt gar nicht drauf geschaut ok wir brauchen einmal die wie heißt hier nochmal nanomit und einmal die sternchen dann haben wir das so dann kommen jetzt ob es zu leer ja habe ich vergessen ne dann machen wir halt einmal hier box ist leer box ist leer ich muss wahrscheinlich von jeder box eine bestellen ja ja ok alle drei boxen bestellen dann machen wir das einmal zweimal dreimal da dauert es ja noch ein bisschen dann gucken wir mal wegen denen hier ähm falsch hier die sind tatsächlich beide fächer leer sollte ich die vielleicht dann doch ein bisschen teurer machen ja achso die waren voll da unten haben wir noch ähm hier ok also boxen die blauen da sind noch drei drin ne genau also boxen blau und die epischen dann sollten wir alles haben moment dann füllen wir gleich auf ich werde jetzt keine ganzen kartons aufmachen aber wir werden auf jeden fall einige packungen aufmachen die plakate nein drin lassen halt gleich einräumen voll machen so das sind jetzt die neuen die kommen jetzt dann hier mit rein ich hoffe dass da ein bisschen gewinn hoch ist so dann können wir die gleich hier in die in den schrank schmeißen halt nicht durch die scheibe das geht nicht so gucken wir mal was haben wir denn da 23,70 marktpreis also ich bleibe möglichst am marktpreis gerade im moment dran kann ja wie gesagt jeder machen wie er mag so ja ich denke zum einräumen wäre es schon nicht schlecht wenn wir da halt nein einräumen muss ich noch so ich werde jetzt dann aus jeder kiste so viele rausnehmen dass ich die oberste schicht quasi leer habe habe ich da jetzt oben noch welche drin ne da habe ich schon unten dann ok dann machen wir die mal dann können wir den karton gleich weg stellen wenn das eh nur zwei packungen sind so dann können wir die gleich weghauen und was haben wir hier noch stehen die hier ähm verwirrung hier verwirrung komplett so hier sind es ein paar mehr ne also lasst es uns öffnen vielleicht schaffen wir dann sogar level 25 das wäre nicht schlecht dann könnten wir sogar beim nächsten mal level 26 haben weil ich werde mit sicherheit noch mal eine oder zwei tage vorspielen man müsste irgendwie einen überblick haben wie viele spezielle karten in diesen ähm in diesen decks drin sind also wie viele hier in diesen blauen zum beispiel drin sind da hatte ich ja einmal die geisterkarte mit dabei aber wie viele geisterkarten gibt es insgesamt in dem deck so äh spezialeffekt aber wer bist du der hot dogi oder was alle elemente verursachen in diesem zug 10 zusätzlichen schaden das ist eine ganz besondere karte auch komplett gold wenigstens eine mal von diesen karten mal von diesen karten vielleicht haben wir hier auch noch was dabei das wäre natürlich nice oh ja eine ähm wasserkarte cool ok lit spire aber das ist eine mit gold kante also gold ausgabe nochmal hoppala ok eine ex ähm ich weiß jetzt nicht vom vom rand her naja gut passt schon hauptsache neu und wertvoll ok da haben wir noch einige weil wie gesagt ich möchte den kompletten boden dann nur noch drin haben also 32 packs ah äh flori die gold ausgabe wunderbar noch mal eine gold ausgabe jawohl sind eigentlich die golde karten dabei ne ok das war es schon wieder ja ja also da möchte ich schon korrekt sein 32 bleiben drin die gold ausgabe die gold ausgabe wunderschön und das ist keine neue aber wahrscheinlich naja gold ausgabe hat jetzt nichts zu heißen ne weil da jetzt nicht neu gestanden ist doch es kann schon sein dass das eine doppelte ist muss ich glatt mal gucken muss ich glatt mal gucken im büchle so wunderbar draußen haben wir auch nichts mehr liegen ne dann schauen wir mal ganz kurz in unser büchlein rein so es ist ja hier bei schicksal genau habe ich noch gar nichts das wird wahrscheinlich erst mit den letzten dingen kommen da habe ich halt immer noch nur diese eine hier aber ansonsten art duplikate gesamtwert also wir ich habe jetzt einen wert von 10.100 knapp ich weiß schon manche sagen das zeug ist gar nichts wert weil das im buch ist aber das buch komplett hat einen gesamtwert von 10.100 wenn ich das jetzt verkaufen würde ja doch ich lasse das als preis schauen wir mal hier die ist tatsächlich teuer die ist tatsächlich doppelt so dann machen wir auf jeden fall marktpreis 30 prozent und wir runden auf auf 160 also die würde ich verkaufen da habe ich kein problem damit weil ich sie doppelt habe schauen wir mal was wir noch so doppelt haben von den teureren karten also wenn ihr eine möglichkeit wisst wie ich das ein bisschen besser sortieren kann die mache ich auf 28 weil wenn ich jetzt hier ins buch gucke wenn ich jetzt hier sortiere dann habe ich ja eigentlich nur entweder den preis die menge menge ist aber allerdings so dass dann ganz vorne die billigsten auftauchen klar weil ich die am meisten habe ich kann natürlich auch nach nummer sortieren aber das sortiert mir ja im grunde nur die die karten hier ne also diese dinge hier ist auch mal interessant ne aber ich glaube nicht dass ich irgendeine von diesen karten hier die habe ich sogar viermal sechsmal na gut das sind die das sind dann die billigen versionen ne aber es wäre ganz einfach interessant sortierung eigentlich nach preis und dann muss ich durchgucken ne anders geht es gar nicht weil ich möchte natürlich immer die karten die am teuersten sind als erstes zum verkauf reinschmeißen wenn ich eine doppelt habe wie diese hier zum beispiel und da gleich die zweite auch noch mit draufschmeißen passt da haben wir noch eine und noch eine letzte kommen ok warte mal hier zack runden minus 10 passt so da ist halt dann die freise die wird mit sicherheit verkauft werden ne aber gut ich denke mal so wichtig ist das dann auch nicht wenn ich die verkaufte sind halt dann die 160 euro wenn ich hier drei oder vier packungen von dem zeug hier verkauf habe ich das gleiche natürlich nicht den gewinn ist ganz klar ne weil das ist ja im grunde dann der gewinn bei der karte aber passt schon so aber ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden so hundertprozentig gefällt mir das noch nicht und ich glaube dass auch der ausbau ja dann da hinten weiter geht ich denke auch nicht dass ich nochmal einen zusätzlichen tisch kaufen einen vielleicht dass das gleich viele sind dann haben wir zwölf tische ich denke damit sollte das auch dann irgendwann genug sein und wenn der nächste ausbau stattfindet dann schaue ich dass ich da nochmal ein oder zwei tische je nachdem mit dran setzt hier werde ich auf jeden fall keine tische reinsetzen das möchte ich als lager lassen na gut werden wir sehen wie es weitergeht ich hoffe jedenfalls sehr dass euch der part heute gefallen hat lasst mich gerne wissen in den kommentaren lasst ein like da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen tag schönen abend schönes wochenende oder was auch immer macht es gut ciao ciao